Hallo Tobias, na? Hey. Dobi, 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 Dobi... Ich schenk dir ne Socke Dobi! Dobi, ich schenk dir ne Socke. Dobi, 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 Dobi! Hey, Dobi, Dobi, Dobi... ...sieg mal! Alter! Du bist ein der Faschen-Monsten-Kackschaufel da. Hau ab! Hey, mit der hab ich den Weg hier ausgehoben, diesen wunderschönen Fußweg! Wer weiß, wo die schon überall drin war. Ja, das kannst du mal wissen. Eigentlich, weißt du was, hier unten, Tobi, ich will jetzt nicht spinnen, rumspinnen, aber guck mal, hier unten der Fußweg. Wenn man den verbreitert in eine Fußgängerzone und hier so ein kleines, schönes Straßencafé in der Nische, der den Bunker macht. Und dann oben drüber geht aber die Brücke drüber, wo wir dann unsere Base fahren können. Das ist irgendwie cool. Schade, dass es nicht passieren wird, aber es ist irgendwie cool. Die Forschung ist schön. Oh Gott. Hm. Ich überlege gerade. Achso, da geht's ja, da haben wir den Tunnel, der reingeht. Sonst hätte ich überlegt, wir hätten ja so, wäre auch geil, so an den Seiten, also zwei Seiten, so Aussichtstürme hier, hier links und rechts, wäre irgendwie cool. Wo man so nach oben, ne, aber ja gut, vielleicht kann man das Ganze oben machen. Ich weiß, wir müssen mal gucken. So, dass wir über den Händler kommen, auf jeden Fall. Ja, wir sind, ich glaube, wir sind höher als der mit so einem komischen, sag mal, ist der, der andere Schornstein ist jetzt aber auch größer geworden, oder? Ich sag mal, der fährt, der fährt nach und nach, jetzt hat der zweiten Schornstein, fährt den auch langsam raus? Ich glaube, der will es wissen, Tobi. Was ist denn mit dem? Wir brauchen sich so einen scheiß Schornstein, warum? Ja, das sieht voll scheiße aus. Und vor allen Dingen, was hat der Händler gemacht, dass bei Ihnen niemand das abbauen kann? Das will ich auch für uns. Ja, ist schade, ne? Ich fände es voll lustig, wenn wir den wirklich untergraben könnten und dann wird der einfach so wegrutschen, so wupp. Stimmt eine Mod, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann bricht das ganze Haus zusammen und da steht einfach nur in so einer Erdhöhle irgendwo rum. Weil der NPC nicht sterben kann, aber ja, der Rest ist weg. Das wäre irgendwie cool. So, Tür zu. Alas der Republik hat keine Sprechstunde mehr heute. Unsere Bürozeiten sind von 9 bis 9.30 Uhr. Da muss Kaffeetasse gespült werden. Ja, ich mache hier auf jeden Fall noch so Panzerglas rein. Ich glaube, dann hält das ein bisschen länger. Ja. Haben die gezielt auf das Glas gespuckt und auch gezielt auf die Elektrodinger? Das gibt mir halt immer noch zu denken. Ich könnte es mir halt schon vorstellen, dass die, wenn sowas sichtbar ist, dass die das schon draufschießen vielleicht. Und die haben von hier hinten halt einmal, glaube ich, komplett oben durchgespuckt bis zu mir, wo ich vorne stand. Die hätten mich aber gar nicht sehen können eigentlich. Ja, die sind sehr motiviert, was das Spucken angeht. Ja, also irgendwas ist da noch so, hm. Aber der Bunker ist ja momentan auch weit offen. Ja, das stimmt. Zu mehreren Seiten, ne? Also wir schließen ihn auch ab. Panzerglas hier unten ist eine Maßnahme. Da oben ist leider auch noch eine Tür offen. So ein Spalt für den Balkon. Da müsste eigentlich auch noch eine Tür rein oder so. Machen wir vielleicht eine Bunkertür oder so. Ja. Naja, naja, naja. Okay, Tobi, wollen wir Loot-Tour oder was? Äh, ja klar. Ich bin sofort von ready. Are you ready? Ja, ich habe eine Shotgun mit, aber keine Muni. Weil ich die Muni in die Kiste gelegt habe. Äh, ich habe wieder Muni reingetan. Ja, ich werde mir mal welche nehmen. Hast du was zu essen? Ähm, naja, ein bisschen was noch. Aber ich werde unterwegs einfach noch ein bisschen Nahrung, ein bisschen Plankton sammeln. So, den Stack lasse ich mal da. Dafür nehme ich einen kleinen mit. Ich brauche ja nicht so viel. Davon schon ein bisschen. Äh, Holz lasse ich mal hier, ne? Äh, ja. Brauchen wir Holz für irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Achso, was wir brauchen könnten, wären vielleicht kleine Bau- äh, Bauklötze, wenn wir irgendwo hochkommen wollen, aber ich lasse das mal einfach mal. Wir haben 64% Benzin, meist hat er erreicht. Wir haben noch nie nachgefüllt, ne? Einmal. Ja, das müsste mal reichen. Okay, weißt du was? Ich spring jetzt. Ja, geil. Wie in den ganzen Serien. Alter, geil. Das ist nice. Guck mal, hier müsste jetzt eine Straße sein. Oh Gott. Hm? Der Netcode, wenn man am Auto sitzt, als Beifahrer, ist einfach. Er ist ein Traum, ne? Ich glaube, da müssen sie auf jeden Fall nochmal ran. Nee. Nee? Meinst du das? Nee, nee, das kann schon so bleiben. Bisschen wie eine Racing-Simulation auch. Als würde ich Forza Horizon spielen, einfach gerade. Oder wie diese Colin McRae Dirt-Dinge oder sowas. Ja, ja. Shit, ich muss noch Essen machen. Ach ja. Ich kann es gar nicht erwarten, ich kann es wirklich nicht erwarten, den Garten zu uns zu ziehen. Wir brauchen, wir müssen wirklich noch mehr Gammelfleisch uns zu sammeln, ne? Wir haben in der einen Kiste fast drei Stacks, aber wir werden ja bestimmt jetzt was mitnehmen irgendwo, ne? Ja, ja, denke auch. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Ja, ja. Also ich weiß nicht genau, wie wir auf den Bunker kriegen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Bunker so fett wird und dass wir den so ausbauen. Nee. Ich habe im Leben nicht mit gerechnet. Oh, guck mal, Erik, ich will Holz sammeln. Oh. Ist das, äh... Ist das die Eifel 2050? Ist das... Wir haben halt Holz gebraucht, ne? Gut. Und ich glaube... Hier oben auch überall. Einfach alles weg. Alter. Ich habe das Gefühl, das Ganze... Also entweder machen wir uns wirklich eine Baumfarm irgendwo. Wir sollten uns wirklich eine Baumfarm machen, ne? Ich glaube, so viel Holz, wie wir dann immer mitnehmen wollen, das reicht so eine Baumfarm halt gar nicht, ne? So eine große können wir uns gar nicht bauen. Ja, doch können... Also doch, ich glaube, das geht schon. Aber halt nicht da, wo wir wohnen. Da müssten wir wirklich irgendwo ein bisschen weit abmachen. Ja. Vielleicht hier, wo wir gerodet haben. Theoretisch gesehen, ne? Ich meine, guck mal, hier gibt es aber auch noch genug Bäume. Ja, ja, hier hinten war ich noch nicht. Ja, ja, die müssten auch alle noch weg. Einfach nur wegen den Frames, Tobi. Die Zuschauer beschweren sich, ne? Ähm, dass da Framedrops sind. Jetzt zum Beispiel, wenn wir im Jeep sitzen, das liegt halt an den Bäumen. Da müssen wir dringend was machen. Schade. Deswegen bin ich halt auch für RL Waldrodung, ne? Damit einfach meine Augen besser werden. Oh, Tobi, du willst hier in das Gebiet? Oh, das ist das Gefährlichste. Nee, wir fahren ins Wüstengebiet da hinten raus. Achso, achso, achso. Also wir fahren hier nur durch, aber wir können gerne zu dem Shotgun-Ding nochmal gehen, wenn du magst. Wird bald dunkel. War schon... Oh Gott, ja, äh, das ist dann nicht so cool. Aber wo sind wir denn gerade? Wir sind... Ah, hier sind wir. Okay, okay, okay. Hier vorne war ein Safe, habe ich markiert in dem Ding. Also ich würde die Stadt hier schon gerne über Shotgun... Ach, guck mal. Ja, 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 ja. Volver? Ja. Ich meine, wir könnten, ne? Aber wenn es Nacht wird, ist es 18.54 Uhr, wir sollten nicht, Tobi. Es ist fast 19 Uhr. Äh? Als wir hier oben sind, ist es 22 Uhr und dann sind wir geliefert. Na gut. Aber es könnte cool sein. Aber wir können aber mal... Wo? Was ist denn, wenn wir jetzt hier weiter geradeaus fahren? Wo? Ist das da, wo ich hin will? Jo. Ja, ja, ja. Weidegüde, werdet ihr denn hier seine Steine bauen, Mann. Ich muss die Karre mal reparieren, irgendwann. Oh, hier sind noch Autos, die man abbauen kann. Stimmt, in dem Gebiet gab es viele Autos zum Abbauen, ne? Ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was hier... Ich finde die Gegend... ...vorn kam. Ich finde dieses Biom so geil, einfach. Was ist das denn? Oh, das ist die große Stadt. Ja, ne? Ich erinnere mich. Bravestone. Ja, ich glaube, das ist die, genau. Also wir können hier, oder wir fahren hier mal durch und fahren mal quer rüber. Da waren wir nämlich auch noch gar nicht. Wir können ja mal durchfahren auch. Ja, können wir auch mal machen. Vorsicht, da ist, äh, ne? Die sollten mal, die sollten mal ihre Straßen in Schuss halten. Weiß ich nicht. Kiga. Kigashi-Gebäude. Oh, Alter, hä? Was war das denn? Die sind bei mir auf einmal aufgeploppt. Riesendinger sind das, ne? Ja. Vorsicht, 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 Tobi. Ja, 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 alles im Griff. Alles im Griff. Alles im Griff. Alles im Griff. Fahr mal drüber, bitte. Der spuckt sonst. Danke. Verkehrspolizisten hier, weißt du? Oder Schülerlose, ich weiß nicht genau. Ist das so laut bei mir auf einmal? Bei mir war er grad voll laut. Dieses Monstergeräusch, ne? Ich weiß auch nicht, wo das auf einmal herkam, gerade. Oh. Gibt es hier einen Bossmob in der Area? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich wünschte, ich kann aus dem fahrenden Wagen schießen. Ja, dass das halt auch nicht geht, ne? Ich glaube nicht. Diese Geräusche hier in diesem Biom, ne? Die sind so weird. Ich glaube, das ist Wind. Ja, das kann auch sein. Kein Bossmob. Der Bossmob ist Wind. Und ein Papagei, offenbar. Wind ist der Boss, Digga? Oh, die Autos hier so schön zum Abbauen. Oh, überall Karren. Ich meine, wir könnten die mitnehmen, ne? Da sind Heizkörper, gibt es da drinne. Dann sollten wir die mit... Dann, hä? Warum... Der ist mir auch gerade erst eingefallen. Dann müssen wir... Das ist ja fast schon unsere heilige Pflicht. Achso, und durchsuchen natürlich. Ah ja. So, was haben wir hier? Ah! Oh, 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 oh. Achso. So. War das der Vogel? Jupp. Na ja, so ist es halt. Vielleicht sind wir noch ein paar Motoren da raus. Ja, das wäre auch nice. Ich bin ein großer Generatorfreund geworden. Und ein Heizkörper sofort. Nice. Supergeil. Kann es anders sein, diese Autos irgendwie weglocken? Wo man immer tiefer in den Wald reingeht, wie so eine... Wie bei so einer Knusperhexe. Ja, ja, ja. Ein bisschen schon. Und dann stehst du plötzlich vor einem Bären. Also pass auf, hier gibt es viele Bären. Na ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da war ja noch was. Oh, da hinten ist eine RTL-Mudi. Da muss ich aufpassen. Weißt, was ich skillen sollte? Hm? Mein Glück beim Looten sollte ich mal wirklich komplett hochskillen. Hast du das nicht vollgeskillt? Nee, habe ich nicht vollgeskillt. Da habe ich... Immer noch auf irgendeine Lone-Stufe. Die war damals cool. Ja? Als wir noch neu waren. Aber inzwischen ist das eher so... Hm. Oh, eine Schlange. Oh. Hallo, Hund. Ja. So. Gut, dass ich vergiftet bin. Das ist gut. Oh, da hinten ist ein Bär. Ah. Ist das ein Bär-Bär? Oder ist das ein Gift-Bär? Gift... Ein Gift-Bär. Der aber andererseits natürlich auch voller Gammelfleisch steckt. Ne? Das muss man immer so sehen. Also wäre es... Oh, hier ist noch einer. Auf beiden Seiten. Oh ja, da hinten ist auch noch einer. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man hier vielleicht in so einer Region so eine Base aufsetzt, um die Bärenjagd. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, wir könnten versuchen, den Bären zu legen, ne? Klar. Also ich glaube, inzwischen müsste es ja auch ein bisschen besser gehen bei uns, ne? Weil wir ja inzwischen natürlich auch nicht mehr die Pimmelwaffen haben. Stimmt, ja. Soll ich mal einen anlocken? Ja, gerne. Ich habe eine automatische Schrotflinte gerade im Auto gefunden. Die hat 14 Schuss. Let's go. Die willst du bestimmt noch testen, ne? Ja, klar. Wo war der denn? Hier sieht alles gleich aus. Da. Ja, Bärli. Komm ran, Bärli. Komm. Alter. Geil. Okay, nice. Wir sind gut. Ich habe auch gerade noch einen gelegt. Ich habe mir von einer Seite ran gewackelt. Ähm. Guck mal. Was denn? Ich sollte mit der Schrotflinte nicht bei unserem Bunker zaubern schießen. Boah. Holy shit. Okay. Das ist so schwer. Das ist geil. Nicht so geil. Dann können wir den zweiten Bären eigentlich auch holen, ne? Ja, locker. Wo ist er? Komm mal mit. Der war auf der anderen Seite. Nice. Da kriegen wir doch noch unseren schönen Dachterrassengarten. Voll gut. Hier ist eine tote Schlange. Ich weiß nicht, ob die hat kein Gammelfleisch, ne? Die hat normales Fleisch nur. Nee, nee. Die hat nur Leder, glaube ich, sogar dabei. Ja, das ist ja auch egal. Da war der Soldat und hier müsste irgendwo der Bär gewesen sein. Ach, da rechts drüben ist er, glaube ich, auf dem Hügel, oder? Hinterm Baum. Nee. Äh, doch, ja. Ja, ja, warte. Da kommt er. Junge, du bist häsnisch. Hä, lauf doch nicht weg. Junge, häsnisch. Oh. Boah. Ups. Okay, die Shotgun ist krank. Oh, Alter. Ubi, was war das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der ist hochgegangen. Der ist einfach so explodiert. Oder ist der auf eine Mine getreten? Pass auf, es kann sein, dass die Minen liegen. Hier liegen Minen? Das kann sein, vielleicht. Manchmal. Das ist eine Info, die sollte man vorher geben. Ja, ist mir jetzt auch nur gerade so spontan eingefallen. Warum soll der sonst explodieren, der Dude? Hi. Ubi, hier kommt noch mehr Gammelfleisch. Mio. Oh. Nice. Der ist einfach über uns gespawnt, glaube ich. Ei, 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 ei. Also, ich könnte mir nur vorstellen, dass das Minen sind, weil, wie gesagt, warum soll der sonst? Das ist eigentlich eine geile, das ist eine geile Area, um handen zu gehen. Davon ist auch ein Schild. Könnte natürlich draufstehen, dass da Minen sind. Ist eine geile Area, um Bären zu handen und Autogrills, ne? Also, so Kühlergrills. Ja, ist halt, das Auto spawnt halt nicht nach, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, aber die Grills brauchen wir trotzdem, ne? Ja, ja, also mitnehmen sollten wir die Autos auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Wieso ist denn das Jeep eigentlich nicht auf dem Kompass? Das ist eine gute Frage, eigentlich wird ja da immer geile Bange gezeigt, ne? Ja. Also alles ja, nur der Jeep nicht. Alles andere ja. Hm. Ich hatte überlegt, ob ich übrigens mal einen zweiten Wagen mache. Ähm. Damit wir doppeltes Inventar haben. Das ist ja gar nicht mal so dumm, ne? Oh ja, das sieht doch so gut los hier. Warte, hier ist noch wieder ein Auto. Ja. Da ist ein Einkaufswagen da drüben, okay. Ich dachte gerade, ich habe eine Mine gefunden, aber war keine. Okay, ich habe kein Glück bei diesen Autos. Ist kein Heizkörper dabei gewesen? Nee. Ich habe irgendwie, ich habe bis jetzt noch gar keinen gefunden. Nee. Ich habe auch, glaube ich, erst einen gefunden. Oder zwei. Ist das auf der, ist das auf dem Hügel eine Mine? Oder ist das, was ist das? Das ist ein Topf. Achso. Also ich hoffe, dass es nur ein Topf ist. Ich will da nicht herangehen. Nee, das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, der hat was oben auf dem Dingens. Das ist auf jeden Fall, das ist ein... Ja. Das ist auf jeden Fall eine Mine. Ah. Warte mal, ich probiere mal was. Oh, wow. Oh, okay. Ungeil. Oh. Was kommt denn da vorne? Es ist 22 Uhr. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, ein großes Gebäude zu betreten? Absolut. Ja. Was ist das? Warte, 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 warte. Ach, Hund. Wurz, wurz. Oh. Wuff, wuff. Sitz. Geil, Batterie habe ich auch gefunden. Da drüben. Das ist ein Kokelzombie, glaube ich. Ah, schönen Kontakt, junge Frau. Na? Äh, Vorsicht, Tobi. Oh ja, okay. Da kommen welche raus. Na, ey, richtig heiß. Ein Headshot nach dem anderen. Ja, warte. Jetzt bin ich natürlich... Na gut, bei dem hat es nicht gereicht. Der steht auch wieder auf. Nice. Sehr gut. So warte, da drüben ist noch ein... Au, da drüben sind ganz viele Autos. Ach guck mal. Schön. Oh, und da ist Shamway Foods. Oh geil. Kennst du Shamway Foods? Das ist ein Kumpel von mir. Shamway Foods. So geil, mit einer Dose hier drin. Das ist schon cool. So. Ein Gammelfleisch. Wow. Wow. Oh, ein Heizkörper. Cool. Jo, ich hab auch einen. Geil. Das ist nice. Aber Vorsicht. Oh. Warte, ich komme für dich nämlich mal stärker. Warte, warte mal. Ich mute gerade, aber... Hui. Shit, der ist zu schnell. Das hat diese Musik. Da sind so komische Geräusche dabei, dass ich denke, dass da irgendwelche Viecher sind. Da gerade ausfohlen. Da gerade ausfohlen ist noch ein Bär an diesem zertrimmerten Haus. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Ja, und auch ein Auto. Hier komm rein. Ich will unbedingt, ich will unbedingt wieder nachkampf machen. Ich hab voll Bock, alles zu lernen. Irgendwie ist so doof. Ne, ich glaub das ist schon ganz sinnvoll. Weil ich glaub... Ja, den ganzen Skilltree einmal hoch und runter reiten. Man macht halt so viele Level. Ich glaub das macht schon Sinn, wenn man da alles lernt. Wir müssen den Bunker größer bauen, damit wir mehr Level kriegen. Absolut. Ah, hier fängt die Wüste an. Da vorne dann gleich. Oh, Entschuldigung, ich bin schon... Naja, alles gut. Nice. Tobi, das mit der Shotgun und dir, das ist natürlich direkt eine Liebestory. Einfach so ein Love-Story. Oh, da sind auch die Autos. Kann dir die mal geben, wenn du willst. Kannst du auch mal drauf schließen. Ne, alles gut. Ich hab Shotgun nicht so, nicht so gellevelt. Warte, Tobi, da kommt noch mehr Fleisch. Findet der nicht mit seinem Arm rumstocher? Oh, warte, warte, warte. Na, der ist schon tot. Ha, 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 ha. Bring's vor so Loot. Das nehm ich mal mit. Ah, da vorne sind auch noch Autos, aber Vorsicht vor den Bomben, ne? Na ja, gut, dass du das erwähnst. Die ist da noch ganz schlecht. Ja, das mit den Bomben ist ein bisschen uncool. Aber irgendwie auch nice. Ja, 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 doch, doch. Auf jeden. Hat nochmal so einen Kick irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, aber vor allem ist man ein bisschen vorsichtiger. Was ja eigentlich auch sinnvoll ist. Geil, ein Knochen, den lass ich mal hier. Meinst du, wir werden zu übermütig? Nö. Wir sind schon gut. Ja, okay, na gut. Du meinst, es ist kein Übermut, wenn man Skills hat, ja? Berühmte letzte Worte. Sicher. Oh, Alter, was ist denn hier? Ach, gar nix. Nur so ne Bude. Jetzt weiß ich aber auch, wie man an diese Häuser, wie man da hochkommt, mit diesem... Wenn man Jumpen geskillt hat. Ja, das ist geil. Hier komm ich jetzt nicht hoch. Naja, wir müssen noch ein bisschen. Komm ich an den Schrank trotzdem? Aua! An den Schrank dran? Ah, okay, kommen wieder Besucher. Nö. Toll. Denk aber, wenn du Papier findest, schön mitnehmen, ne? Oh, da kommt noch ein Bär. Geil. Die liegt hier wie auf dem Schafott, Alter. Was hast du denn gemacht? Entschuldigung, ich hab den Bär, äh, Huch zu sehen. Oh, ja, ja, ja. Oh, nice, Erik. Cool, ich muss mich anders schießen. Sehr gut. Ja. Und da hinten links auf dem Parkplatz sind ganz viele Autos. Oh, geil. Ich muss nur aufpassen, wegen Muni muss ich ein bisschen schauen. Oh, echt, da sind echt viele Autos. Soll ich mal unser Auto von vorne nach hier hinten holen? Ja, ja, gern. Kann ich auch machen. Äh, oh Gott, wo parken wir denn? Wir sind ja da ganz hinten. Ja. Merkt man gar nicht, ne? Wenn man da so durchlootet irgendwie, man merkt links und rechts gar nichts mehr irgendwie. Das geht echt schnell. Oh. Der Wind, Tobi, der Wind. Oh, Tobi, hier ist noch ein Hund. Mit Gammelfleisch. Ja. Hier sind sehr viele Zombies hier hinten bei den Autos. Okay, warte, warte. Ich park mal kurz um. Hier ist ein Polizist. Ich hab keinen Bock meine Muni zu verschwenden. Warte mal, ich muss wieder Steuerung umstellen. Diese komische Steuerung, die automatisch eingestellt ist. Ich glaub, es sind gleich weniger Zombies. Oh. Sehr geil. Oh, wow. Hallo. Hä, wo rennst du hin? Okay, das sind sehr viele Zombies. Höh! Ich denke, das war's, wenn ich die umfahre? Ja, ne? Ja, ja, doch, doch. Okay, aber die zu treffen ist halt... Oh, alter. Nice. Geil. So. Typ gib ich. Soll ich aber auch mal mitmischen hier. Ihh! Da gucken die Gedärme raus, bei dem einen. Bäh! Die gucken da unten raus. Ihh! Guck mal! Mensch, motorfestig. Oh. Jetzt streckt er die auch noch so hin. Schawubbel, schawubbel. Ah, warte mal. Dahinten kommt noch einer. Ja, kommt wohl doch nicht mehr. Ich muss aufpassen. Mann, ich verballer hier so viel Munition, ne? Ähm, brauchst du noch 7 Sechser? Ich hab 150 Schuss dabei. Also, wenn du später nicht mehr brauchst, sag Bescheid. Ja, ja, ich kann dir die gleich geben. Sind bei mir einen guten... Oh! Werd nicht... Werd nicht unvorsichtig, ne? Wie gesagt. Ja, 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 ja. Ich hatte auch nicht gedacht, dass der so viel aushalt gerade. Die nächsten Male nehmen wir auf jeden Fall mehr Heal mit. Ich bin ja jetzt Arzt, Tobi, ne? Ich kann uns aber schöne Sachen machen. Vorsicht, da kommt einer. Ja. Huch! Was schulst du denn? Vengeance Kinder. Die Leuten fehlen bestimmt die Baufolgen. Ja, ich glaub dir auch, dass es denen zu viel Action einfach. Ja. Warte mal, ich repariere mal meine Waffe, solange die Trolla noch nicht da ist. Ich habe Trolla gesagt. Was, Erik? Was? Was? Da. So. Gut. Leider keine... Leider keine Heistung. Sehr wenig, sehr wenig von diesen Messing-Dingern. Ja, ja. Also ich hab zwei jetzt hier dabei, aber... Ich würde wirklich gerne versuchen, mein Loot-Game irgendwie zu upen. Und dann mal gucken, ob man da vielleicht mehr Glück hat. Sollen wir vielleicht erstmal keine Autos abbauen und dann lieber schauen, ob das was ändert? Gut, ich glaub ein paar Autos gibt's ja schon, ne? Also... Da gibt's glaub ich noch ne Menge Autos. Ich weiß nicht, ich glaub im... Wintergebiet gab's auch jede Menge Autos noch. Damals zumindest. Ich glaub, die können wir schon mitnehmen. Vorsicht, da kommt noch einer. Hä, was? Bobi Hartz, wir müssen Böller kaufen. Lass reingehen. Bevor die anderen kommen. Was ist das? Das bringt's, ne? Das hat die Zombie-Apokalypse total aufgehalten, glaub ich. Dieser, dieser... Ja, vor allem in der Mitte ist das mega sinnvoll. Das ist schon krass. Vielleicht sollten wir unser Bunker-Konzept mal umdenken. Ja, ich glaube auch, das wär einfach... Das wär zu einfach gewesen. So. Tobi, da kommt Fleisch. Das Fleisch. Toll. Oh, da kommt sie. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh, oh shit, was ist das denn? garmentier haben ja schon irgendwie niemal gesehen, Kollegen. Irgendwieso kommen die im Blut-Mond... Die kamen auch ne Zeit lang ne? Aber jetzt irgendwie bei dem auch nicht. Oha. Hallo. Achso, na wusch. Ja, mach sie mal. Ich geh mal kurz in den Autos hier ne? Ich mach mal eben... Ja, ja, ja. Die Zombies sind ein bisschen auch froh, wenn ihr mal wieder ein bisschen Parkplätze verfügbar sind. Wie gesagt, wenn ihr Papier findet, mitnehmen, ne? Ja, im Auto, hier in den Ruinen wahrscheinlich nicht, in den Wracks. 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 Dagobert, Wracks. Erik, wrackst du dir manchmal die Beine? Trage ein Anu-Wrack. Achso, ja, das kann ich theoretisch auch mitnehmen. Lohnt sich glaub ich nicht. So. Ich stehe immer auf Kochtöpfe. So, einmal die Karre hier noch looten. Oh, geil. Leider nicht so viel Glück mit Messing. Was denn? Ich sehe irgendwo nur ne Taschenlampe hin und her wackeln und höre nur so DUNK. 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 Aber übrigens doch ein Messinggrill von dir, also so ein Dingens. Geil, ich hab auch einen. Warte mal, da ist ja noch ein Auto. Haben wir schon, haben wir schon zwei, drei. Das ist ganz gut. Ja, 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 ja. Wie gesagt, ansonsten alles so Waffen und sowas, alles zum Händlerpacken. Oh, hier sind direkt zwei drin im Auto. Oh, geil. Sehr nice. Das ist ja nice. Juhu. Ja, ich muss wirklich mal mein Loot-Game auf jeden Fall ein bisschen appen. Und ich hab direkt noch einen gefunden. Geil. Weiß ja nicht, ob das was bringt, ne? Wenn du dein Loot-Game hochballerst, ob du dann mehr von dem Kram findest, weiß ich halt nicht, ne? Ich hoffe, ich weiß es nicht genau. Ich denke aber, das ist für so High-Level-Waffen, oder? Ich weiß es aber nicht. Ja, aber selbst wenn, das wär ja auch nicht das Schlechteste, ne? Nö, das wär auch gut. Da könnte man, die kann man halt auch irgendwann anfangen zu verkaufen, ne? Ja. Die High-Level-Waffen. Bubi, gehen wir noch ins Haus rein? Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, wo? Nehmen wir den Vordereingang, oder nehmen wir, ich mein... Hier ist, hier ist ne Tür, die könnte man aufklöppeln. Ja. Okay, dann... Wo soll ich machen? Sollten wir das noch in dieser Folge machen? Ja, komm, die Tür aufmachen und reingucken können wir ja noch. Ja, gut. Ist, glaub ich, das Shamway-Gebäude, oder? Ja, das kann, das kann sein. Oh, das ist die Fabrik? Die Fabrik ist wechselnd. Oh, oh. Toll. Super. Nett. Oh, 10.000. Können wir da nicht den Stein hier neben dran wegmachen? Ja, nur 1.200. Also, erstens, ich bin durstig, Tobi. Ja, das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Äh, und zweitens... Oh, komm mal hier. Okay, das hat 14... Die Garage hat 14.000. Okay, Tobi, was du gerade machst, ist hochgradig illegal. Ich weiß. Ach, guck mal, das Panzer... Das ist bestimmt das Panzerglas. Das sieht auch viel besser aus, oder? Oh, ja, weil das doch verstahlt ist auf jeden. Ja, 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 ja. Voll geil. Macht einen sehr guten Eindruck. Okay, zieh irgendwas? Nö. Spinde. Spinde mir die Schuhe zu. Ist da nix hinter? Ist da nix hinter? Oh doch, n... Fauler Müll. Fauler Müll, okay. Wie hast du mich genannt? Okay, Tobi, ich... ...predikte, dass es hier gleich sehr ungemütlich wird. Irgendwie sieht das so aus, ne? Erst morgen. Erst morgen. Du hast recht. Letzte Folge war 50 Minuten. Da können wir heute... Komm, wir reden noch schnell 30 Sekunden, damit die Folge eine halbe Stunde lang ist. Tobi, wie geht's dir denn so? Mir geht's super. Vor allem, wenn ich in die Folge denke, die morgen kommt... Oh, das wird richtig actionreich. Oh, ja, die wird zu formidabel. Da schlecke ich mir die Finger. Ich schnalze mit der Zunge. Zwei Lustrentner auf Mallorca. So, 30 Minuten. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.